so man den Freude kommt zurück zu wird legend of the Zelda Twilight Princess Inside Star im letzten paar damit inzwischen was besiegt ist ganz schön bluten wie man vielleicht in meinem Leben erkennen kann was macht nichts ich bin jetzt gerade auf der Suche nach dem Typen hier soll er sein da ich bin ein Idiot macht nichts schnell rüber kann man das irgendwie schaffen das rüber zu düsen dschihad also müssen wir jetzt auch noch das Gewicht mit dem hier ausbalancieren was haben wir uns bloß eingelassen so irgendwo jetzt an die Land laufen damit ich hinterher kommen kann wie die Treppe runterläuft wow, mein Gott nicht runterfeilen, Link das wäre jetzt hochgradig blöd die Gewicht können wir schon mal rüberwerfen ich glaube es bringt uns noch recht herzlich wenig oh, denn wir müssen nochmal auf die andere Seite gehen nein, 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 nicht runterfeilen nein, ich kann nicht hochheben so so oh, Link, bitte wirf ihn da einfach hoch, okay danke okay, wir müssen tatsächlich noch mehr darauf werfen aber das ist ja auch okay so denn wir haben ja bereits gesehen, wo welche sind ich war nehmt da oben man, ihr Scheißviecher da oben so der kann auch nochmal herkommen auch wenn das Fadenkreuz gar nicht da war das macht gar nichts zack so mal gucken, wie viel ich brauchen werde ich lege hier mal nochmal ein paar mehr drauf weil ich habe ja auch ein Eigengewicht, ne kennen wir zack number one number two number two äh three hab ich gesagt ich hab natürlich mal wieder so eine Intelligenz-Bestie wie ich ja bin, das kennt er von mir hat natürlich mal ja nicht auf die so geguckt jahoo boof, wo runtergefallen so und jetzt dann kann sich nicht einfach runterspringen, man so ich kann ja nicht Schlachtzange äh gut, dann machen wir sie nochmal umständlich hier, zack vielleicht reichen ja zwei schon, obwohl ich glaube, ich muss mindestens drei rüberwerfen denn ich habe dummes Eigengewicht Link, die kleine das kleine Schwabe Ding, oh ich bin dick als Link, also sollte ich damit aufhören so öh, was fällt immer noch nicht man oh man, man stab it up ich muss wirklich, ich muss wirklich alle rüberwerfen oh scheiße was lol achso, ich kann ja einfach ich kann ja einfach, oh ich kann ja einfach, oh ich kann ja einfach runtergehen lass mich bitte alle in Ruhe ich hab ja irgendwie zwei Herzen an die Viechern allein verloren ich kann ja genau so machen mein Eigengewicht wieder runtersetzen ne boah so als wird der Typ, die schön platt machen hier pass mal auf so ranrücken an den so komm mit mein lieber wir machen jetzt ein paar Spinnen platt ich, 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 ich ich, 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 ich bam zack 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 boah Alter zack ich hatte Herzen mit aufsammeln ich hab sehr nötig Alter greifst du mein Kumpel an oder was ist ein bisschen riskant, weil ich mich auch selber schlagen kann damit wie es gerade jetzt gerade jetzt gedacht wird oh sterbt alle Mann Okay. Pfeile, schön mitgenommen. Ach ja, du sollst vielleicht natürlich in die Glocke gehen, ne? Du kommst nämlich nicht durch die Tür, du bist zu fett dafür. Okay. Eine Statue als Fett zu beleidigen, das ist natürlich auch sehr... Öh, wie soll ich sagen? Bescheuert. Egal. So, und jetzt holen wir das Herz da auf verdientem Wege. Ich freu mich. Und dann wird auch meine Energie gleich schon aufgeheilt. Ach, sehr schön. Komme ich durch die Wände mit dem? Tatsächlich. Gut. Ja, super. Ich hätte mir das Herz da ja schon holen können. Ich finde das so lustig, dass er mich darüber geboxt hat damals. Damals. Vor ein paar Parts. Das waren noch Zeiten. Für mich aufgenommen. Eine halbe Stunde her oder so. Tempel mache ich ja fast immer als Aufnahmesession. Nur den letzten Tempel habe ich nicht gemacht. Den. Das war der letzte Tempel, der Eistempel. Den musste ich in zwei machen, weil ich irgendwie keine Zeit mehr hatte. Gut. Äh. B-b-b-b-b. So. Äh. Falsches Item. So. Das brauchen wir immer. Das brauchen wir immer. Das brauchen wir immer. Und das brauchen wir auch manchmal. So. Machen wir platt hier. So. Wie es eigentlich gedacht ist, ne? So. Herzeit kommen. Her zu mir. Genau. Jetzt schon meine Energie. Sat, sat, sat. Wie viele fehlen noch? Drei oder zwei? Drei. Okay. Heißt. Äh. So ganz intelligent bin ich nicht, ne? Das ist euch schon bewusst. Oh. Dich kann ich mal so rausschicken. Du kommst ja durch Blitze. So. Reicht die kleine Vase überhaupt? Nö. Tatsächlich. Okay. Äh. Daneben. Zack. So. Äh. Natürlich. Hier muss ich jetzt wieder das Ding abschießen. Daneben. 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 Voll drüber. Oh man. Wie viel Scheiße kann ich... Kann ein Mensch eigentlich reden? Das ist echt nicht zu fassen. So. Äh. Daneben. Mann. Komm her. So. Kommt hier gar nicht durch, weil du einfach zu groß bist. So. Kommt der jetzt hier überhaupt durch? Ja, ne? Klar. Ich rück auch mal eben kurz an ihn ran. Ein bisschen kuscheln können wir. Ich glaube, wenn die Rolle bin ich ein bisschen schneller und mit ihm unterwegs. Der ist wie schneller als ich. Guck dir das mal an. Oh man. Das ist jetzt mal die erste Mal. Ich muss jetzt mal wieder den kleinen Schalter da hinten drücken. Dämmliches Sims-Logo. Ich muss jetzt mal wieder den Travers von hier. 100 Punkte-Score. Bam. Ich hab so wenig Skill. Okay. Muss gleich nur noch neue Folge Porte aufnehmen. Und der Ptarr ist wieder bei vorbei. Aber Zelda macht es so Spaß. Und Porte auch. Hm. Machen wir davon aus. Egal. Warum rede ich sowas gerade? Ich weiß es nicht. Wenn die Folge seht, vielleicht ist der Porte auch schon vorbei. Ne. Ähm. Was ist das denn? Ö. Was ist das denn? Achso. Von der Kampel. Hä? Warum rede ich mich eigentlich immer so künstlich auch? Hä? Was ist denn das da? Bin ich do? War da? War da? War da der Kompass vielleicht drin? Momentchen. Den wollen wir doch mal auf den Grund gehen. Hintermessen ohne Tür. Das habe ich gar nicht gecheckt. Scheiße. Der Kompass, ne? Hätten wir die ganze Zeit holen können. Ich bin auch ein Idiot. Aber jetzt haben wir ihn endlich. Der Kompass. So. Fehlt uns irgendwo noch was? Den höher gelegenen. Nö. Da haben wir alle. Da fehlt... Oh. Im Anfangsraum fehlt noch eine. Oh. Okay. Ne. Das ist gar nicht der Anfangsraum. Das ist... Naja. Das eine ist für das Herzteil da. Und das untere weiß ich gar nicht. Jo. Fehlt noch das Herzteil. Und eine andere Truhe, die ich nicht definieren kann. Gut. Äh. Falsches Item. Item hat gesagt. Mann. So. Mann. Hier war auch irgendwie künstlich aufzuregen. Das ist nicht lustig. Oh. So. In dem Spiel bin ich noch gar nicht ausgerastet. Das ist schön. Das passiert ja bei blinden Projekten, wo ich irgendwie in Maßen sterbe. Mann. Falsches Item die ganze Zeit. Bitte. Aber ich bin auch... Ich bin auch ein Idiot. Ich kann die einfach kaputt machen. Sagt jetzt bitte nichts. Es ist spät. Ja. Hör aus Prinzip. Rück ganz langsam rüber. Ah. So. Mein werter Kumpel. Ne. Du musst ja in die Glocke. Wo ist die Glocke? Ach. Da ist die Glocke. So. Ich glaube, ich bin gerade voll gegen die Wand gefahren. Ah. Macht nichts. Ich finde irgendwie... Der Griff sieht mit dem Mithin-Affair aus von Master Sword. Oder kommt das nur so vor? Ich weiß es nicht. Ich bin auch nicht. Ich bin auch nicht. Darum ist nichts mehr. Natürlich mal ganz nach oben. Oh, mit. Scheiß. Ich will mir heimer hier zurück. Muss ich jetzt? Ich muss auch oben nach hinten gelaupten. gut keine unnötige spielzeitstreckung meinerseits das ist doch schön zu wissen jetzt müssen wir gucken wie wir das herzteil nochmal schnell bekommen ich wundere das gerade wenn ich ehrlich bin weil ich ein volltrottel bin ne bin ich doch nicht ich dachte ich habe alles richtig gemacht so du wartest hier mal würde ich sagen ich hoffe der wird auch hier wo ich glaube der wird gar nicht hier gespeichert egal weil ich nehme eben das herzteil und dafür brauchen wir den typen hier gar nicht so ich muss glaube ich sagen ich muss diesen tempel auch nicht in einer aufnahmesession machen weil ich um ganz ehrlich zu sein gleich noch was machen muss neben portal aufnehmen man denkt bitte ich weiß nicht ob ich das jetzt schaffe aber im nächsten part würde glaube ich schon der endboss anfangen weil wir echt kurz vorm ende sind vielleicht habe ich es ja noch in den anfangsraum zurückzukommen ich bin behindert in den anfangsraum zurückzukommen so dass ich m so dass ich m ist wirklich wieder da oben ne scheiße egal holen wir es mir eben schnell so auch und selbst das hier ist nie wieder man ey ich glaube ich mache das anders obwohl die mache ich nicht anders kann ich jetzt nicht irgendwie hier cheaten oder so das hier nur mit einem hochgehe kommen wir das spiegel was stürzt gleich wieder runter natürlich aber ich habe die idee ich habe die idee wartet das war auch eine idee freund ich habe die idee so nicht nein so auch nicht pass mal auf ich schaffe das so auch nicht ach leckt mich doch alle man ist doch jetzt scheiße jetzt muss ich echt nochmal wegen dem herzteil so einen großen umweg kaufen ich glaub auch obwohl so groß ist der gar nicht muss ja einfach nur runden gehen gut gehen runden wurde mal schnell das knöppelding jeder rein herzteil im nächsten paar gehen wir schön wieder in den mann falsche richtung gehen wir in den anfangsraum zurück um uns einen boss zu stellen okay ist doch alles okay es ist doch alles in ordnung es ist doch noch alles in ordnung noch wohlgemerkt so komm her mann nicht ihr scheiß wie ich euch brauche ich nicht mehr nein guck mal an wieso ich bin noch stehen geblieben ich bin extra grad stehen geblieben und link ist trotzdem wieder meilenweit weg einfach keinen bock mehr link hat keinen bock mehr selber zu retten es ist ihm scheißegal alles geworden so ich bin extra durchgegangen ohne einmal getroffen zu werden das ist sehr schön ich werde gleich aggressiv das ist auch noch in die falsche richtung schieben so ich muss ja auch noch mal komplett rumrennen ach man ey ich race jetzt einfach rum pass mal auf so vorfahrt achten so so herzteil bitte ich möchte dich jetzt endlich in meinen armen halten können okay dann will ich auch nichts mehr in diesem tempel dieser äh dieser raum hier bringt mein spiel zum lägen hier war noch eine truhe von anfang an natürlich oh ich muss ganz aufstoßen was ist das denn das muss nämlich cool genug sein und checken dass hier so dinger drin sind die wir normalerweise nicht rausholen könnten müssen wir einfach hier schön lalala ich mach's mal eben so ey so bin ich viel schneller jetzt zack weil da unten sind schalter wie man vielleicht sehen kann die wir so rauslocken müssen man bitte aber jetzt A drücken schnell so und das gleiche Spiel auf der anderen Seite auch noch mal oder auch nicht äh achso da müssen wir einen reinwerfen glaube ich genau ne von D hier ne ist solche Scheißviecher uah man scheiße hier mach mich aggressiv ich schaff das ohne ist ja scheißegal wie wär's nicht ich verliere jetzt mhm rage rage mode man man wie viel ich getroffen hab schnell komm nein man du Scheißviech kommt alle an ruhig ne das hab ich nicht dagegen natürlich wenn ich das Ding hochheben will dann kommen alle an ne wenn nicht dann kommt schon nicht so Scheißviecher geht alle weg ich weiß das überlänger aber ich will wenigstens das Herze hier noch haben so so das hätte ich eigentlich da hinten rüberwerfen können vielleicht hätte ich dann schon am Anfang an getroffen so herzteil komm her du musst meine energie wieder heilen ist das schön freunde dann würde ich sagen das war sehr fahrrad twilight princess für heute und im nächsten part ja machen wir weiter aber ich erledige noch ein bisschen die typen wieder pass mal auf meine katze kommt rein hier man Freunde bis zum nächsten part Tschüss !!!!